Mit diesen Worten veränderst du sofort deine Realität zu deiner Traumrealität. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael Bettenkuhl und ich zeige dir, wie du durch die Gesetze des Universums deine Traumrealität und dein Traumbusiness erschaffst. Heute geht es darum, wie du die Kraft von dem, was gerade aus meinem Mund kommt, was aus deinem Mund kommt, also der Worte nutzt, um deine Traumrealität zu erschaffen. Eine Sache, die wir den ganzen Tag benutzen, die so einfach ist, hat einen so riesen Effekt auf unser Leben. Und das möchte ich dir heute zeigen, wie du einen kleinen Switch, eine kleine Veränderung machst und sofort deine Realität sich mit verändert. Bei mir war es damals so, wenn du mein altes Ich kennengelernt hättest, meine Art zu sprechen war eine ganz, ganz andere. Ich habe andere Worte benutzt, ich habe viel mehr genuschelt, ich habe viel mehr in mich hineingesprochen und allein die Art der Worte war komplett anders. Somit war mein Leben auch komplett anders. Und ich weiß noch, eines Tages sprach ich mit einem Mentor von mir und er sagte einen Satz, der ganz viel ins Rollen gebracht hat. Ich habe mit ihm gesprochen und er fragte mich, Raphael, wie geht es dir? Und ich sage, gut. Und er guckt mich an und sagt, gut ist kein Wort. Gut hat keinen Inhalt. Wie geht es dir? Und ich war verwirrt und wusste nicht, was er meint. Ich sage, wie, was meinst du? Mir geht es gut. Und dann sagt er, okay, schau mal. Was ist der Unterschied zwischen, du sagst, mir geht es gut oder mir geht es blendend, fantastisch, grandios. Ich bin heute erfüllt. Ich bin glücklich. Vielleicht spürst auch du jetzt diesen Riesenunterschied. Gut hat keine richtige Energie dahinter. Gut ist einfach gut, fantastisch, großartig, grandios ist etwas ganz, ganz anderes. Es hat eine komplett andere Energie und es löst eine komplett andere Energie in mir und in den anderen Menschen aus. Und das ist mir bewusst geworden in dem Moment. Und dann habe ich begonnen, mal durch meinen Wortschatz zu gehen, durch die Dinge, die ich so sage in meinem Leben. Und mir ist aufgefallen, dass meine Realität fest daran geknüpft ist, welche Worte ich benutze. Und ich habe Schritt für Schritt begonnen, die Worte zu verändern. Und Schritt für Schritt hat sich meine Realität verändert. Dass ich heute in meiner Traumrealität lebe. Wir sind in Portugal, wir sind am Strand, wir haben einen Pool vor der Tür, wir haben das tollste Leben. Natürlich sind es nicht nur die Worte, aber sie hatten einen großen Einfluss darauf. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie du das machen kannst, wie du deine Worte verändern kannst, wie du da am besten vorgehst, um deine Traumrealität zu erschaffen. Bevor dieses Video weitergeht, ganz kurz, wir haben gerade wieder unser Gewinnspiel laufen. Und zwar für jeden, der unter diesem Video mit Hashtag Fülle kommentiert, der oder die kommt automatisch in den Lostop für unsere Fülle-Magnet-Meditation im Wert von 50 Euro. Eine der Medis, die mehr Möglichkeiten, Geld, Manifestation, Umsatz kreiert hat, als viele, viele andere Dinge, die wir bisher gemacht haben. Wir haben unglaublich tolle Erfahrungserlebnisse, Erfolgserlebnisse damit feiern dürfen. Einmal die Woche gibt es einen glücklichen Gewinner oder Gewinnerin. Du musst einfach nur kommentieren, Hashtag Fülle und du bist automatisch mit dabei. Punkt Nummer 1 ist erstmal sehr, sehr wichtig. Zu verstehen, warum sind diese Worte so relevant? Warum erzeugen sie deine Realität? Versuche mal, deine Worte zu beobachten. Das hier soll ein Zeichen sein, das für deine Muster steht. Du hast dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein, das weißt du inzwischen, wenn du meine Videos schaust. Und im Unterbewusstsein sind 95% all deiner Gewohnheiten, Muster, Gedanken, Gefühle drin gespeichert. 95%. Und es ist unbewusst wie Unterbewusstsein. Es ist versteckt, es passiert einfach, ohne dass du wirklich da drauf guckst. So wie du jeden Tag atmest, sind diese Muster aktiv. Du denkst nicht über das Atmen nach, es passiert trotzdem. Und wenn du mal auf deine Worte achtest, dann kannst du deine unterbewussten Muster herausfinden. Das heißt, im ersten Schritt geht es um Beobachtung. Zu beobachten, welche Worte du regelmäßig nutzt. Ich habe vor kurzem genau das gemacht mit jemandem, den ich in gewisser Weise gecoacht habe, wo wir mal geschaut haben, welche Worte er immer und immer wieder nutzt, ohne es zu merken. Und dann kam zum Beispiel sehr häufig, hey, das und das ist schwer. Ja, das war ziemlich schwer. Das ist schwer. Das ist auch schwer. Und das war sehr schwer. Und ich habe ihn sofort darauf hingewiesen. Und wir sind darauf gekommen, dass er ein Muster hat in seinem Unterbewusstsein, das sagt, hey, das Leben ist hart. Viele Dinge im Leben sind hart. Und durch die Worte, die rauskamen, wurde quasi das bestätigt und immer wieder in seinem Bewusstsein gefestigt. Jedes Mal, wenn er das ausspricht, festigt er es. Denn es gibt drei Stufen der Manifestation. Ganz wichtiger Punkt. Stufe Nummer eins ist der Gedanke. Das heißt, du denkst etwas. Damit manifestierst du auf einer bestimmten Ebene. Stufe Nummer zwei ist das Wort. Das heißt, von den Gedanken zu den Worten gehen wir eine Stufe tiefer, denn es manifestiert sich einmal mehr in der Realität. Ein Gedanke passiert nur in deinem Kopf. Ein Wort geht jetzt sogar raus. Andere Leute können es hören. Andere Leute können es wahrnehmen. Und die dritte Stufe ist Schrift schreiben. Dann ist es wirklich festgeschrieben. Ein Wort vergeht nach einer Sekunde, aber Schrift bleibt. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir sind bei der zweiten Stufe der Manifestation. Und wenn ich Worte immer und immer wieder nutze, was passiert dann? Dann manifestiere ich diese Sache in meinem Leben. Wenn ich immer wieder sage, das ist schwer, das ist kompliziert, das ist hart, dann kreiere ich harte, schwere und komplizierte Situationen in meinem Leben. Das heißt, das ist Schritt Nummer eins. Beginne zu beobachten. Beobachte die Worte, die du jeden Tag nutzt. Ebenfalls Dinge wie Füllwörter. Auch Füllwörter nehmen dir die Power aus deiner Energie raus. Wenn du im Flow bist und erzählen möchtest und dann kommt erstmal, ähm, ja, hm, ah, hm. Dann nimmst du die Energie aus dem Satz. Und auch da mal zu beobachten. Das ist der erste Schritt, zu beobachten und rauszufinden, was sind die Worte, die dir nicht mehr dienen, die du nicht mehr in deinem Bewusstsein haben möchtest. Und das ist ganz einfach zu verändern. Du schreibst dir diese Worte auf, zum Beispiel hart, schwierig, kompliziert, schreibst dir auf einen Zettel und legst sie irgendwo hin, wo du immer wieder drauf gucken kannst. Und dann wirst du merken, wie bei den nächsten Malen, wo du sprichst und diese Worte benutzt, wie du das bemerkst, es nicht mehr unterbewusst oder unbewusst ist, sondern es bewusst wird. Und das ist der Moment, wo du es ändern kannst. Genau das ist das, was ich mit der Person gemacht habe, die ich gecoacht habe. Wir haben es aufgeschrieben, klar gemacht und in kürzester Zeit ist der Person bewusst geworden, wann sie die Sätze sagt und konnte sie korrigieren oder ersetzen. Und das ist der nächste Schritt. Schritt für Schritt diese Worte zu verändern. Und da ist es wichtig mal zu schauen, was sind die Worte, die am meisten deine Energie runterziehen. Worte kreieren Energie. Hart oder leicht? Groß? Oder klein? Kann man auch nehmen. Gut oder fantastisch? Großartig. Grandios. Phänomenal. Spürst du die Energie dahinter? Mir geht es heute phänomenal. Boom. Was für eine Energie steckt dahinter? Und was macht das mit deinem Gefühl? Sag es jetzt mal laut. Guck dir gerade dieses Video an und sag einfach mal laut, mir geht es heute phänomenal. Mir geht es heute fantastisch. Fühl mal rein in deinen Körper, was das macht. Deine Zellen sind wie große Ohren, die dir den ganzen Tag zuhören. Deinen Gedanken und deinen Worten. Und darauf reagieren sie. Und wenn du beginnst, die Worte zu verändern, macht es einen riesigen Unterschied. Ein ganz einfaches Beispiel ist, anstatt zu sagen, das war hart oder diese Aufgabe ist hart oder schwierig, sag einfach, diese Aufgabe ist nicht so leicht. Dann liegt der Fokus auf leicht. Trotzdem sagst du, was du sagen willst, dass du vielleicht Komplikationen hast mit deiner Aufgabe, aber du nimmst das Wort leicht. Damit programmierst du dein Bewusstsein auf leicht um, auf Leichtigkeit und es wird leichter, die Aufgabe wahr werden zu lassen, umzusetzen. Verstehst du? Das ist der Punkt. Deswegen beginne Schritt für Schritt die Veränderung. Beobachte deine Worte und Schritt für Schritt schaust du, welche Worte sind dort und welche Worte will ich verändern. Und dann ersetzt du diese Worte mit Power-Worten. Power-Worte sind einfach nur Worte, die dir Energie geben. Und das kannst du dir aussuchen. Das kann für jeden etwas anderes sein. Für mich sind es eben Worte wie galaktisch, phänomenal, fantastisch, grandios. Das ist ein Running Gag bei uns im Team. Wenn jemand fragt, hey, wie geht's dir? Dann kommt erstmal eine Liste an solchen Worten. Ich frage die Mariam aus meinem Team, hey, wie geht's dir? Mir geht's galaktisch, phänomenal, grandios, fantastisch, genial. Das ist so ein Running Gag bei uns. Aber du merkst dadurch, wie die Energie sich verändert. Und das kannst du auch machen. Beobachte in deinem Leben, wo benutzt du Worte, die dir nicht mehr dienen, die dir Energie ziehen. Beginne Schritt für Schritt diese Worte anzupassen gegen Power-Worte. Und ich überlege mal, was kann ich dir noch für Worte mitgeben. Also genial, fantastisch, grandios, gigantisch, gigantisch ist auch ein ganz tolles Wort. Phänomenal, mühelos ist ein sehr schönes Wort für, ich habe mühelos diese Sache kreiert. Leicht, entspannt, erfüllt, glücklich, voller Fülle, voller Leichtigkeit, voller Liebe, liebevoll. Zum Beispiel, wenn ich E-Mails schreibe, dann schreibe ich unten drunter immer alles Liebe. Das ist eine ganz normale Verabschiedung, benutzen nicht so viele. Aber überleg mal, was das für ein Wort ist. Alles Liebe. Alles ist Liebe. Was für eine geile Verabschiedung ist das denn? Verstehst du? Was für eine geniale Verabschiedung. Noch besser als geil. Verstehst du? Das sind die drei Punkte. Und wenn du das anwendest, wirst du ganz schnell merken, wie deine Realität sich verändert. Wie ich gerade sagte, nicht nur deine Zellen hören auf deine Worte, sondern auch das Universum. Das Universum reagiert auf deine Energie. Und wenn du deine Energie der Worte veränderst, veränderst du damit deine Realität. Du wirst mehr von dem anziehen, was du willst. Du wirst glücklicher, erfüllter und einfach mehr das Leben leben, was du wirklich möchtest und was du verdient hast. Das ist doch eine coole Sache, oder? Und wenn du ein paar coole Worte kennst, die wir noch nicht aufgezählt haben, schreib es mal unten rein. Lass uns mal eine Liste erstellen in den Kommentaren mit Worten, die zu dem passen, was wir hier gerade besprochen haben. Yes, da würde ich mich super, super freuen. Ich danke dir fürs Zuschauen, danke dir für deine Zeit und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Like da und wenn du jetzt abonnieren möchtest, dann klick einfach hier auf mein Gesicht und das nächste Video, was richtig gut ist, genau für dich ausgesucht, findest du da. Also, los geht's. Bis bald. Ciao, ciao. Dein Raphael.